und das sind wir wieder mit der schönen kassandra und wir haben eine neue quest bekommen müssen das kleine mädchen wieder finden für opa und zu den verdienten müssten wir schauen wir gleich ich könnte dann auch gucken es war nur rechts an offenbarung weizsicht um alle gegen das klingt gut das nehmen wir mit das brauchen klopfen anfangen dass man cashen die dash kriegen okay 2 und 3 funktioniert das 1 2 oder 3 die chance vorbei Okay. Was haben wir noch? Ich bin da. Was ist sonst noch was? Klamotten haben wir gekriegt. Ein bisschen Level 3. Ist das? Tonika. Das muss ich anziehen. Apala. Weckchen haben wir. Das haben wir schon ausgerüstet, das 2er. Das haben wir vorher gehabt. Okay, da können wir noch 10. Nee. Pferdchen. Oh, da haben wir noch ein anderes Pferdchen. Schönen wir mal. Stunken Glas. Robo Skin, episch. Gönnen wir uns, ne? Wenn wir schon haben. Da. Arsche zu Arsche. Ist das eine gerätselte Quizzen? Okay. Die Dinger drin. Quests. Karte. So. Schauen wir mal in die Karte. Mann. Verdrücken wir mal in ein anderes Spiel. So. Ja. Klettern mal da rauf, ne? Würde ich sagen. Arug, Mädchen. Gewingen. Nice, nice, nice. Kann man da hoch? Ja, sicher. Wie Spider-Man. Wie Spider-Man. Wie Spider-Man. Der marschiert einfach durch. Ja. Krass. So. Hopp, hopp, hopp. Mädchen rauf. Galopp. Ah, okay. Das gefällt dir Kassandra. Schau, wie sie hinstaut, ne? Foto-Modus. Kokolores, ne? Ja. Kassandra, für dich, ne? Kannst du nur einen Geldbeutel reinpacken. So. Zurückhören. Und rauf. Das Nudi vom Toys, ne? Wird mal Feigenblatt passt da drüber, ne? So ein Gerät. So. Aber. Gleichsam dort. Was ist das eigentlich für ein Adler da? Victor und Icarus. Warum schon? Hopp. Was ist das? So. Ah, synchronisieren. Okay, da ist ein Lager. Der Hafen. Wahrscheinlich ist dort das Mädchen oder so. Ne, da ist der Turo. Wenn du einen Aussichtspunkt inklusiert hast, kannst du per Schnellreise dorthin reisen. Okay, Schnellreisepunkt. Verbesserst du damit auch deine EK. EK, EK. Na. Naja. So. So. Blick mal da runter, oder? Kollege. So. Check mal die Lage. Was sieht da aus? Hm. Aha. Das ist ziemlich riesig, das Spiel. Merke ich schon, ne? Geil, ne? So. Haben wir hier etwas. Ein Schatz haben wir da. Ja. Aha. Aha. Ist das? Priesterin. Zivilist. Da ist auch was. Gegner. Und eine Kiste. Drei, vier Gegner. Okay. So. Komm mal rauf da. Okay, das ist der Scan. Okay. So. Wie war das? Das war falsch. Verdammt. Verdammt. Coco, Coco Loris. Mach mal ein Foto. So. So. Zuerst die Fähigkeit haben wir schon freigeschalten. Warte mal. Muss man kaltig schauen. Die sind in der Nähe unbekannt. Okay. Mann. Ist das? Schauen wir uns das an. Die Markierung. Ist das die Markierung? Nein. Müsst in die Richtung sein. Ja. 140 Meter. Okay. Wir holen uns einmal unser Pferd. Jetzt. Fertig? Ne. Ah. Sexy. Na los. Mein Pferd. So. Was ist da? Warte. Da war was. Da war was. Komm. Hallo, hallo, hallo. Und los. Da war die. Los. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Und weiter. Du bist ja richtiger Draufgänger. Eine Höhle. Warte. Geht draußen. Ich mach das schnell. Mikro muss nicht verfügen. Kling kling. Kling kling. Oben war was. Oh. Oh. Wolfi. Zuerst aber die 2. Und dann kommt er dran wieder. Unser Freund. So. Exuten. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das leuchtet alles schon auf jetzt. Der Skill ist echt super. Schön markiert. Noch was. Oben. Geht's auch rauf. Weht. Ja. Ein Ellis Kennel. So. Auch rauf. Da war es? Nein. Schade. Ah, da drüben. Aha. Da siehst du. Ach so. Was kennen wir? Kling, 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 kling. Die Sache, was? So. Hau ruck! Gehen wir da runter? Hoppala. Na? Rafter. Ist was, das will ich haben. So viel? Jetzt hat nichts mehr gemacht, ne? So, lass los Mädchen, lass los. So. Das können wir öfters einsetzen, die Fähigkeit. Ja, ja. Kletterspaß mit Kassandra, ne? Hoppala. Rauch mal von vorn. Frau Kassandra, das war schlecht. Durchsuchen. Eisenbrocken. Arock. Kling, kling. Drüben ist auch noch alles. Kommt. Ich bin zu gierig. Here. Heißt was? Da ist die Klingung. So. Jetzt haben wir alles, glaube ich, oder? Jo. Die Kiste haben wir schon. Das war's. Können wir jetzt springen oder so? Ich weiß gar nicht. Richtig rennen? Nee. Das ist der Sell. Ist auch nichts. Okay. Und der Pfiff ist auch hier. Sehr gut. Moment mal. Alles? Okay. Das Gebiet haben wir soweit, glaube ich. Gegrast. Jetzt will ich dorthin, ne? So. Los! Ho, 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 ho. Und los. Okay. Ein Ziege. Ah, da war was. Na, siehste. Ich werde schon mit Y durchreiten. Durchreiten. So. Und los geht's. Los. Los geht's, geht's. So. Absteigen. Icarus. So. Schön mittig positioniert. Und. Und. Ich werde das kennen. Da ist was. Ah, da ist was. Schatz. Blicken wir rüber da. Da. Wir haben rüber da. Ah, da. So. Neu ein Bauer. Okay. Machen wir uns ein Scan noch. Schatzkiste. Schäfer. Was ist hier passiert? Sie zu Arsch. And im Tempel. Haben wir das jetzt noch geschafft? Nein. Scusi, scusi. Geht als nichts. Ah, da wird da nichts sein. Ah, okay. Da ist der Tempel gewesen. Geht aber. Geht aber. Geht jetzt nicht rein. Mal rück. Okay. Da ist was. Ein bisschen Cache in der Däsch. Da ist noch was gewesen. Habe es blinken gemacht? Ah, da. Dankeschön. Das ist ja. Da ist die. Wie ich gehört. So. Das ist das Ende von dem Dorfseite. Okay. Mal rüber da. Crag, 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 crag. Bling, bling. Oh, ja. Bling, bling. Schön, Cache in der Däsch. So. Bling, bling. Oh, weiter. Bling, bling. Was ist das Röhm noch? Ja, oder? Was ist das Röhm noch? Türen gewesen sein, oder? Oh, bla. da ist nichts mehr zu holen drüben waren wir kassandra das war's das bringt und rein war toll macht's kling kling und ich kann da nicht rein zu meinen klingen sehr gerlich ich auch nicht was geht mir das nächste samm das da So, komm schon. Zur Kartenmarkierung gehen. Wenn nicht über diese Straße erreicht werden. Okay. Dann querfällt ein, ne? Nee, abbrechen. Komm schon. Durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Dann wollen wir mal. Ella. Ella, Ella. Ruhig. Ella. Ella, Ella. Schneller, schneller. Stock und Stein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Hoppala, Pferdchen. Alles gut. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ohohoho. Ohohoho. Bewegung. Icarus. So. Komm. Alfa erledigen. Wo ist Alfa? Da ist ein Schatz. Dürften so drei sein, oder? Da ist auch etwas. Hä? Warte mal. Fliegen wir mal so her. Dann so. Schau mal da. Wo war das? Da ist ein Alfa. Okay. Mal absteigen, ne? Da mischen wir auf. Wo ist denn der Alfa jetzt? Er ist verschwunden. Keine Ahnung. Ja. Wir killen mal die Gruppe. Dann schauen wir mal, wo der Alfa ist. So. So. Hoppala. Zack. Bum. Aufgeschoben. Flieg suchen. Aufbau. Ah, okay. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Da oben vielleicht? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Kein Klimtling mehr. Ich höre doch was. Ich bin doch nicht doof, ne? Links. Ah. Ah. Nutzt der, äh, Toten. Was? Genau. Ziege geopfert. Rechts alles. Geräusch. Links. Rechts. Ah, da vorne. Geht alles nichts. Ah, ruhig. Ja, wenn es so weitergeht, ne? Ich bin nie fertig. Mit dem Spiel, glaube ich. Wir haben noch das Alfa-Männchen nach hinten. Ne? Wo ist das? Ich, ihr hörst ja. Hallo. Jetzt ist es wieder weg. In den Brunnen vielleicht? Es war hier, ne? Keine Ahnung. Warte mal. Ich groß. Ah. So. Der Wolf ist drüben. Okay. Sehr gut. Wo ist denn der Höhleneingang hier? Alfa-Nautiker. Alfa-Nautiker. So. Wie kommt denn da rein, ist er? Hier irgendwo? Ah, hier. Der war's. Ich bin's. Ich glaube, du warst böse. Apala. Scheiß die Wandern. Scheiß die Wandern. Ich geh wandern. Ach, gut. Schnell. Der Willlden ist abgeschlossen. Sehr Nass. Ok. Klimba, klimba, klimba. Zeug, 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 zeug. sehr gut. Ja Was der vorhin mit rein eigentlich Naja, wir haben jetzt das abgeschlossen auch Was haben wir denn noch so Meine Freunde von Freunden Naja Ich würde sagen, jetzt gehen wir dort lang Wo ist unser Pferdchen Pferdchen Hallo Fett Ja, los geht's Ja, vamos Hoppala Los Durchsuchen Na los So Los Okay Dann müssen wir schwimmen Na 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 So So Jetzt haben wir gleich drüben, ne So Gibt's da eine schöne Muscheln oder so zum suchen oder finden Das ist eine schlechte Idee, ne, mit dem du was ist Da rauf da So Da rauf da Na hopp Was haben wir hier Was haben wir hier Nichts Das Schiffchen können wir machen später nochmal vielleicht So Versteckt jetzt Versteckt jetzt Das Kloppen 41 Okay Ich muss mich verstecken Warte mal Warte mal So Wo sind denn unsere Gegner Da Okay 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 Noch was Gibt's denn Okay Hm Drüben Und doch Einige Leute hier, ne So Aus Hier wo Nee, Eingang ist mir Okay, da ist Löwin Geht Da kommt jetzt Das Konto zu uns Das ist nicht so toll Anlocken Vielleicht Ach, Digga Komm her Hör auf, sonst muss ich es beenden Sack, ey Durchsuchen So Anscheinend Cash in the Dash Okay Mal Ich muss Wo ist denn der andere Kollege jetzt hin Oioioioi Durchspielt sie es ab, ne Nee Das ist der Zyklot, ne Schläger Oh, das kommt Doch, echt Okay Ist hier oben Hier ist sonst keiner mehr Uh, das wird habig, ne So, ohne Haben wir Leone Bis uns da vorne schlägen Okay So 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 Okay Pfeifen Wird uns wir Okay Wird uns wir Okay Alright, come Machen wir später So So Vicarus Nein, nein Fress Ich sehe nach, was das war Komm her, Martika Was? Kusskrupp Okay Er bleibt schon da drinnen Da oben Ah, Mann Ich muss mich echt an die Steuerung noch gewinnen So Da oben ist jetzt keiner, ne Im Innenhof spielt sie es ab Da oben ist er Löwen Okay Hoppala Scheiße Nein, nein Nein, nein So, und Klic So So Mann, Mann, Mann Nur ärger mich, die Fikir wie kann die so schnell weg sein ich sehe mal nach was da los ist das zeug dahin sorgen der nächste kandidat das war jetzt ein fehler scheiß die wand dann muss rausfinden was das ist der bogenschützer ist der nächste ist da jemand er findet sie raus der onkel klaus schön ausnehmer durchsuchen der eisen trocken kommt er noch langsam wird es weniger da kommt der nächste kandidat versteckt auf der lauer auf der lauer steckt der wanze komm schon die kassandra ist da dann kommt schon eliminieren amore amore suchen sieben drachen falsche taste drücken immer wieder dann kommen wir voran dann haben wir als nächstes das ist der boss löwen so haben wir auch noch welche oder das kann verdammt man versäumt wenn wir da jemand ein zeichen geben mhm zeichen der liebe ja straf sehr gut durchsuchen essenbrocken haben wir gekriegt so jetzt gehen wir nach oben so 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 bitte hin weg 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 da war irgendwo ein schatz k wo wir hier erschienen so hier mal den schatz okay der king binkt der geht da drüber löwen löwen Löwe, löwe, löwe Okay, das ist noch einer Hier ist alles safe, ne? Hier macht er ein Nickerchen Okay Schatz Was ist das? Das ist das Bogen in die England Fort Kling, kling Kling, kling Schöne Schwert Nebenraum Checken Check, 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 check Cache in die Dash Was ist da? Versuchen Cash Cash Hä? Hallo Hä? 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 Dann geht's hier in die Runde jetzt Sollen wir den fertig machen? Mach mal mehr jetzt, ne? Was soll? Ich habe die Kommentantin. Schnappen wir uns noch die Kollegen dahinten, da muss man der langen, da bist du jetzt so, ja was ist mit dir, ja keine Ahnung, bling bling bling, was ist mit dir, kann man schon looten, ist das herrlich, da ist das herrlich, und gibt es noch was, bling bling, da vorne, cash in the dash, verdammt, Fackel im Sturm, Flucht des Feuers, sehr wohl, Ne, 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 na. Du hast ja nichts zu suchen. Wer? Du kannst vergessen, Kollege Braunschweig. Zack, Knack! Was denn du schönes da? Ah, sieben Togaten. Ah, Drachen. Abo. Kistchen. Spielst du die ganze Cash in the Dash in da unten? Naja. Da ist ja schon wieder einer. So, das ist der Opa. So. Nehmen wir alles mit, was es geht, ne. Na, was sind die ganzen Schätze jetzt so? Ich habe es gehört, ne. Bling bling bling. Versuchen. Hier. Aha. Das ist ein Nebenraum. Da, 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 da. Cash, Cash, Cash. Da ist noch irgendwo was. Wo ist da was? Was? Gib mir Zeug. Da. Da ein Löwen. Was? Ich höre sie immer aufploppen, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist so doof. Da vielleicht. Ich sehe es nicht. Da läuft es. Da läuft es noch. Dann. Das schreit ist noch der Fluss. Das ist noch ein Problem. Hm. Da. 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 Da läuft etwas. gehen wir mal die anderen killen da das nervt schon das sehe ich mir mal an ja komm her komm ran da der steht auch sehr günstig da haben wir das jetzt als lager das ist der zyklo macht keine halben sachen ok ja 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 weg bist frei könig der löwe schnapp sie dir digga die keine leute mehr aber der ist umsonst befreit ich checke es gerade nicht wieder mal geht jetzt wieder rein mal los hau ab also sollen wir gegen löwen kämpfen so schauen wir mal was er bewacht hat der löwe komm her oi oi muss weg flüchte kleine kassandra flüchte von den löwen das war's was für ein spaß kleine kröte du ach du scheiße erwin du machst dir sachen oi 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 �at do zum im bus rein oi ok ok beruhigous he eliminieren geile One hit. Sieben weiche Leder haben wir gekriegt dafür. Sehr gut. Hm. Ich frag mich. Hallo. Das. Oh, oh, oh. Das sind... Was? Motte? Ja. Scheiß, die Wand dann. Ja, das war... ...unter erster Tod. Warte mal, herlocken. Das war ein guter Taxi. Ja, komm. Und drauf da. Dann. Mehr. Whee! Hier, Frischfleisch. Uh-huh. Na, der hat Arbeit, ne? So. Dann waren wir da oben. Nochmal nachspielen, das Ganze, ne? Szenario. Ja. So. Okay. Der ist immer aufmerksam, der Kleine. So. Na? Jetzt kann man ihn eliminieren. Komm schon. Keine Fruchtiger. Na? Da hier aus, noch da unten. So, ist das einer. So, jetzt aber. Zack, weiter. Geh her, da. Jetzt habe ich acht Löwen. Oh. Gut, dass wir gestorben sind. Dass ich bedient. Ah, okay. Oh, das. Das merken wir uns. Nicht zu den Löwen gehen. Aber. Hier muss ich doch irgendwo sein, oder? Der Zyklop war ja nicht mehr da. Irgendwie. Keine Ahnung. Da steckt das Zyklop, ja. Okay, schon die Taschen, ne? Einmal mit. Was müssen wir... Was ist mit dir? Muss ich dir wehtun, oder so? Keine Ahnung. Ähm. Mietekarte, warte mal. Geh mal sp... Geht nicht. Schade. So. Wo war ich da drin bei dir? Was ist denn? Die Sonne? Oder wie? Hab ich doch irgendwas vergessen. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen nervig, das Ganze durchsuchen. Ich hab doch hier... ...gekillt jetzt, oder? Oder war da drüben, wer? Schau mal nach. Da ist keiner. Da ist keiner mehr. Wer ist das, ne? Ich glaub, da haben wir alles abgelootet, ne? Ich mach mal hier einen kurzen Cut und wir sehen uns bald wieder. Ja, aggressive Kassandra. Ja. Beruhig dich, Mädel. So. Ciao. Mit V. Mir raus. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.